Ja Mensch, herzlich willkommen zurück beim KGS-TDW-Turnier 5.0, diesmal mit den Paarungen und den Regeln für Runde 2. Die Regeln für Runde 3 kommen ebenfalls heute noch aus, wahrscheinlich etwas später als dieses Video, aber auf jeden Fall noch heute. Ich verkünde nun, wer gegen wen spielt, und zwar in Runde 2. In Gruppe A kämpfen Mr. Total War gegen Malediel und Fruchtkorn gegen Angel Templar. In Gruppe B kämpfen Dargan Game gegen Brattle und der No-Boss gegen Sky. In Gruppe C ist es Speedy gegen Smoothie und Pro Ace gegen The Sleeping Hunter. Und in Gruppe D ist es Quintus Kato gegen Super Pauko und The Red Booster gegen Trace TV. Nun zu den Regeln von Runde 2, und zwar werdet ihr auf der Karte Amul Grasland mit den Werten 0.906 und 0.534 kämpfen. Der Angreifer soll von Westen kommen. Wichtig ist, dass ich ungern sehen möchte, dass einer von euch beiden auf dem Hill kämmt. Deswegen lasst den mal außen vor und marschiert gen Richtung Mitte der Karte. So, die Gelder stellt ihr auf groß. Das Wetter wird sein, es spielt im Herbst, bei Nebel und am Tag. 40 Minuten Schlachten, Dauer. Ihr dürft maximal einmal Artillerie mitnehmen und maximal 5 Mal Kavallerie. Und jetzt ist es auch wieder erlaubt, Rom zu spielen. Das wär's für diese Runde. Die Frist geht bis zum 5.3. Ebenfalls wird das so sein bei Runde 3. Also, wenn ihr jetzt schon Runde 1 geschafft habt, dann könnt ihr jetzt auch schon Runde 2 und Runde 3 machen. Und dementsprechend schon mal abräumen und mir das alles zuschicken lassen. Die E-Mail-Adresse bleibt die gleiche. Calimugames.web.de So, das wär's für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und äh, ciao.